Der Ursprung dieses Liedes ist auch gerade so drei Wochen alt. Ich bin aus der Dusche rausgekommen und habe mich in meiner Skiunterwäsche und Kachelwürfen gesitzt. Und dann ist mir meine Mama untergekommen. Und was die mir gesagt hat dazu, zu dem, was wir da so tun, was ihr Bub so tut, ob es ihr eh gut geht und ob das eh nicht gefährlich ist. Und da ist dieses Lied daraus entstanden. Hey Mama, wo sei ich da? Hey Mama, schau ich ob lange hoch. Und bin so allein. Hey Papa, Es geht nichts weiter. Weil Papa, Und da ist das Liedschen mehr Trau. Oh, die Gesichter sind so trist und so grau. Wenn das so weiter geht, dann geht es eigentlich rum. Die meisten Leute, die trauen sich gar nichts mehr so. Und da ist das Liedschen 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 mehr so. Warum ist in der Welt unter die Leid Heut oftmals noch so kalt Auch wenn ein Schnee rüberfällt Und wenn ich da so in die Reihe meine Blick Dann macht in mir drin irgendwas ganz leicht Glück Und ich spür, es ist noch nicht spät Nein, 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 ich merk, dass da sofort auch irgendwas geht Ich pack mein Herz und ich nimm's fest in die Hand Da sind so viele und sie gehen miteinander Und sie arbeiten genau wie ich auch An einer Welt, die Natur ehrlich war Oh, yeah Oh, yeah Hey Mama Schau, wie das geht Hey Papa, Papa, Papa Schau her, schau her, schau her Und aufholen los, ich bin nicht Hey Schwester Schau mir schön, ich freu mich, wie blöd Hey Leidenschaft, doch her, wie schön es ist Und wie das miteinander geht Schön, dass ihr miteinander geht Dankeschön kommt's gut heim. Bis bald mal wieder, mit und ohne Lieder. Am 9. März sind wir wieder da. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es einfach, wie habt ihr euch beim Mühlenbrei verlaufen. Gött euch. Und denkt an unsere Box und an's Eintragen und an's Informieren. Wir sind ja nur Zeit da. Dankeschön. Vielen Dank.